Hallo, weiter geht's. Wir sind in Termination Center. Klingt auch wieder so einladend. Wir starten hier mit einer doppelläufigen. Ähm, nee, ist das richtig? Hier war ich schon, oder? Loat. Ups, the top of terror. Das war voll verpeilt. Ach du Scheiß. Schon fängt's im Bug an. Unglaublich. So, da sieht man mal, das waren vier Schuss. Mir wurde gesagt, zwei Schüsse sollten genügen. Hat doch jemand krass gelogen. Also wenn man nah dran steht, sollten eigentlich zwei außerhalb der Leute genügen. Der braucht ganz klar vier. Und ich will das noch ein bisschen besser hinkriegen. Ich hab jetzt 50. Und ich will auch mit 50 hier weggehen wieder. Ich hab 42. Er soll mich nicht erwischen. Im Moment bin ich grad ein bisschen kleinkariert, aber mir geht's im Prinzip. Ach, wieso passe ich denn nicht auf? So. Oh, 50. So gefällt mir das. Das war schon der erste von 47. Der erste von 47. Hier gibt's direkt Türen, in die ich später rein muss. Verstehe. Jetzt hab ich noch an Waffen. Nix brauchbares. Die einläufige. Ich soll auf Distanz die einläufige benutzen, wenn ich mich erinnere. Hier mit Tab kann ich gucken. Da muss ich mal beim Speichern gucken. Wie lange ich schon spiele? Wow, das ist ja cool. Hätte ich das früher gewusst? Das ist ja geil. Monster einfach 47. Zwei Secrets. Gut, eins will ich finden. Das nehm ich mir mal vor. Eins Secret. So. Und was geht jetzt auf? Oha. Aber nur so ein kleines Schmankfell. Dann kann ich das Secret. Die Waffe ist blöd. Der stirbt davon einfach nicht. Ach doch, da geht's weiter. Ich dachte ja schon. Ach, hier komm ich auch später hoch wahrscheinlich. Boah, das Level sieht schon wieder so riesig aus. Ey, ich will ne gescheite Waffe. Aha. Schön Rüstung. Scheiße. Okay, für Entfernung soll ich die einläufige nehmen. Die streust nicht so arg. Angeblich. Ja. Voll ins Herz. Aber er geht immer noch. Ey. Okay. Ich war gerade ein wenig verwirrt. Ey, ich will den da oben auch noch wegkriegen. Na gut, der kommt später. Der stört mich jetzt nicht. Hätte. Ich bleib nicht einfach stehen. Haha. Was sagst du jetzt? Idiot. So. Ey, da passiert was. So, haben wir noch eine neue Spächer. So, langsam hab ich's raus. Ey. Ach so, das ist hier ein Schalter. Jetzt verstehe ich was. Ihr gebt alles den... Waffe, was ist das für eine? Ach, das ist meine Lieblingswaffe, meine Lieblingswaffe. Das bedeutet aber auch, dass wir nervige Viecher sind. Ey, wieso? Kann denn schwer sein? Manchmal verstehe ich es nicht. So... Hilfe! Ey, ist schon das Ziel, oder? Ach, ja. Ja... Ne, irgendein Portal wahrscheinlich. Ich geh erstmal geradeaus, da gibt's doch was. Doch auch, ne, nett zu sein. Ich speichere so oft. Ich hab Schnellspeicherer-Taste rausgefunden und schnellladen, aber das ist mir zu kompliziert. F6 und F9. Da muss ich erstmal suchen, bis ich die ja nicht mehr gefunden hab. Oha, viel zu viele. Ey, wo bin ich? Was ist passiert? Secret Area? Äh, ja, coole Secret Area. Boah, so viele. So viele. Da leckte ich hier sogar. Viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele. Dann muss ich doch mal hier raus, ey. Das kann nicht wahr sein. Ah, deswegen gab's diese Waffe. Jetzt verstehe ich das. Genau deswegen. Tadam. Ähm, jetzt hab ich verpeilt, wo ich bin. Ah ja, genau. So, ach, die ist schon wieder leer, die Waffe. Ich glaub, ich hab mich selbst getroffen, bis sie ne Schasse ist. So, für die anderen Typen nehmen wir jetzt, was nehmen wir da? Wir können eigentlich nur die hier nehmen. Ah, oder die. Oder doch nicht. Wo kommen jetzt die ganzen Idioten her? Der schießt! Scharf! Mit seinem Schwert. Das ergibt keinen Sinn, aber es ist so. Ey, wo bist du? Es waren noch viel mehr da noch. Ey, Speichern. Wieso hat das eben kurzzeitig gewechselt? Wahrscheinlich haben irgendwelche Munitionsdinge aufgehoben. Ich hasse diese Viecher. Irgendwo ist wieder so ein Ding. So ein Leprakranker. Und Toter. Schön, dass das ne Secret Trader ist. Dann hab ich ja schon meinen Soll erfüllt. Eins und zwei. Vielleicht find ich ja sogar das andere Secret noch. Wieso hör ich diese fucking Musik, ne? Nein, ich hab nicht laden wollen. Scheiße. Hol es eben nochmal. Macht ja nix. Ich wollt eigentlich speichern. grad noch Luft holen können. So. Speichern. Hier. Ach, jetzt hör ich Musik auch gut. Dann muss ich auch nicht schnell weggehen. Mein Health geht weg. Mein Health geht weg. Dann muss ich mich ein bisschen beeilen, damit es noch aussitzen kann. Ja, ich wusste es mir. Ich hab's doch gehört. Aber jetzt ist meine Waffe wieder so. Wie ist es stark? Das ist doch nicht die normale Stoppfläche. Ja, komm ich gern einfach durch. Der lässt mich einfach durch. Ich bin direkt vor. Ich muss ne viermal treffen. Wenn irgendjemand die Unwahrheit erzählt. Ey, das ist riesig, dass der Ding. Ich glaub einfach durch. Ich glaub ich. Ah. Only one more. Ja gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Scheiße. Ich sterbe. Na gut. Machen wir es auf die sichere Art und Weise. Erstmal brauchen wir das hier. Und dann. Töten wir erstmal die Typen. Komm runter. Mein Health geht weg. Sind alle tot? Nein, natürlich nicht alle. Jetzt aber. So. Hä, was war das denn? Ich bin viel zu weit weg. Ich weiß schon. Ich hab mich so mega stark getroffen hier plötzlich. Das weiß ich früher nie. Kann man mir erzählen was man will. Früher war die so unbrauchbar. Hihi. Aber die ist immer noch am besten. Die Nalo-Rakete-Erre-Kanone. Sterb. Das brauch ich jetzt noch gar nicht. Denn ich hab doch über 100. Aber ich hab's nicht voll ausgekostet. Muss man schon sagen. Ich war so langsam. Ja gut. Wir kennen schon das Prinzip, wie ich's machen muss. Ich hoffe ja nicht, dass... Ach, wo kommen die denn jetzt? Kann doch nicht wahr sein. Aus dem Nichts. Ich find's total gemein, dass die einfach so auftauchen. Als ob sie sich unsichtbar machen könnten. Das gilt doch gar nicht. Der will noch, oder? Ja. Ah, wie schmeckt dir das, mein Freund? So. Das kann doch noch nicht Ende sein da drüben. Dann wäre das Level viel zu kurz. Es gibt viel zu viele Gegner noch. Ich hab Angst. So, one more. Ach, jetzt kommen wieder... Aha. Ich hab hier nie seine Ruhe. Meine Fresse. Da auch wieder. Ich weiß. Wäre ja sonst komisch. Wo sind sie? 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 Wo, wo, wo? Keiner da. Komisch. Wegen 6 Helfpunkte habe ich das jetzt eingesammelt. Ich glaub das ist so unklug. Aber da ist ja noch eins. Also was weiß ich. Also dem... Ah. Komm her. Wo ist er? Ich hab nur noch diese Scheißwaffe. Ich hab's geahnt, dass es wieder auftaucht. Dieses Problem. Hey. Ach, es sind Fallen. Jetzt seh ich das erst. Ich hab nicht gewusst, dass hier Fallen sind. Ich dachte das wär irgendwie so ein... Effekt für euch. Das als die Gegner aufgetaucht sind. Da gibt's jetzt alles schon ein bisschen Sinn. Da könnt ihr ja auch mal... Promot geben, wenn er über die Fallen läuft hier. Oder... Egal. Na. Hey, da ist noch einer. War's das jetzt? Endlich mal. Ich kann endlich mal weitergehen. 94... Finde ich in einer 30 Hellspunkte gehabt aus. Das weiß ich jetzt auch endlich. Cool. Mit der Axt geh ich doch nicht weiter. Oh man, ich hab wieder viel zu wenig. Wir haben ja dann jetzt... Sieben Minuten fast. Und erst... Äh... Bis in der erste Hälfte. Na gut, komm, schaffen wir. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt ergibt das Sinn. Es gibt alles Sinn. Ich wusste, dass ich hier irgendwann nochmal weiter machen muss. Und hier geht's wahrscheinlich zum Endgegner oder so. Beziehungsweise zum Endportal. Wie schlecht, wie schlecht. Aber da oben ist wieder so ein Health-Ding. Deswegen ist das wohl nicht so schlimm. Jetzt hab ich wieder Munition, oder? Hab ich das? Das war doch jetzt irgendwann Munition. Was war das denn? Ich kann ihn leider nicht anders umbringen. Aber... Es hat ja geklappt. Und ich glaub... Wenn ich da lang muss. Da ist doch einer abgehauen eben, oder? Ja, das ergibt alles Sinn. Fuck. Fall in the Fress. Ist er tot? Der ist noch nicht tot. Es war klar, der hat auf mich gewartet, ey. Ey, das kann nicht wahr sein. Wieso kann ich so ein... komisches Vieh... Ja, ich liebe es. Ich speichere, dann... braucht's immer noch 10 Minuten, bis es wirklich gespeichert hat. Und dann bin ich total an der falschen Stelle. Stirbst du irgendwann mal auch? Irgendwann? Wie kann man so viel aushalten? Danke. Jetzt hab ich wieder Hunger. Jetzt hab ich wieder Hunger. Hier sind doch wieder Fallen, oder? Man hört's ja schon. Hab aber schon... 32 von 47. Also viele kommen nicht mehr. Da kommen ja wieder so Typen raus. So viele, so viele, so viele. Wir sind gar nicht viele. Das Wichtigste ist, das sind nicht schwierige. Ah, was haben wir denn da? Meine Fresse, wie schlecht. Aber, noch leb ich. Also geb ich auch noch nicht auf. Ey, das ist total unfair. Aus dem Hinterhalt. Hält er sich. Hält er sich. Das ist das nicht, oder? Jetzt ist er tot. Okay. Sein Schwert würde ich auch gerne nehmen können, anstatt der Axt, aber geht leider nicht. Bin hier eine Schwert Zelda. Oh, bitte. Oh, bitte. Ich will die Frau Else wer finden. Ich liebe es. Ach nee, wieso der wieder? So. Na ran. Und dann nehmen wir seine Kettensäge und vor. Da hast du nicht so viel Angst. Das war nur 3 Schuss, oder? Es wird schon besser. Es wird besser. Noch 9 Gegner. Fast geschafft. Ein Schalter. Ey, wieso? Ich war ganz nah dran. Wieso schmeißt ihr mir so ein Ding ins Gesicht? Ich war doch ganz nah dran. Oh, yeah. Ey, ich hab draufgedrückt. Geht doch. Scheiße, ich bin fast tot. Fuck. Fast tot. Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot eigentlich hin. Ja, wegen dem Schalter bestimmt. Immer wieder Schalter drücken und das anstatt dass irgendwas cooles passiert, kommen dann noch Gegner. Sag ich doch. Komm schon. Es sind da kaum noch Gegner übrig, die mich irgendwie ärgern können. Habt ihr doch fast alle getötet. Boah, der ist weggefetzt. So. Zwei Gegner. Ha, nur noch zwei. Wehe, das ist jetzt irgendwelche. Ah, der gefällt mir. Und noch so ein Typ. Okay, dann hab ich es also identifiziert. In dem einen lasse ich mich letztens töten. Von dir nicht, von dir nicht, von dir nicht, von dir nicht, von dir nicht. Irgendwie hab ich gerade nicht so viel Angst vor dem. Wo war denn jetzt die Tür? Wo muss ich hin? Das war hier. Das war's. Scheiße, wo ist das anderes Secret? Ich hab doch erst eins. Jetzt könnte ich echt mal gucken, ob ich das irgendwie finde. Denn jetzt gibt's ja keine Gegner mehr. Mache ich ja normalerweise nie. Speise euch mal kurz. Ich hab's echt geschafft. Alle Gegner. Endlich kann ich mal in Ruhe hier mich umsehen. Da hochkomme ich schon mal nicht. Guck nochmal kurz hier unten. Ob ich da irgendwas verpasst habe. Ach, ist das herrlich, wenn es so ruhig ist und man keine Angst haben muss. Außer vor der Lava, aber sonst. Das ist kein... Warum ist das hier nicht? Es könnte doch so schön ein Secret sein. Aber da war nur so ein Versteck für so einen Typen. So ein Ocre, oder wie sie auch immer heißen? Auxire. Hilfe. So, gucken wir uns weiter. Oh, da nicht. Sondern hier. Wo könnte dieses Secret sein? Das Secret. Da. Da war ich schon. Guck mal. Also, hier oben weiter. Irgend? Nein. Wo ist das Secret? Gut, 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 gut. Sehe ja nichts. Hier vielleicht. Ah ja, okay. Stimmt. Ah, ah, mein Herz. So viel zur Lava ist da eins gefallen. Ich weiß doch, stimmt hier in so einem Raum das Secret. Aber woher soll ich wissen? Wo ich da hinbringen muss eventuell? Ey, da ist noch was. Okay. Hier war ich noch nicht. Neugucken. Die letzte Möglichkeit, wenn ich es hier nicht finde, dann finde ich es einfach nicht. Da sind halt noch so Däsche. Ah. Ah, komm her. Sehe einfach so. Wo? Wo? Ich sehe nichts. Das ist doch scheiße. Ich sehe da nichts. Vielleicht muss ich... Ach so, das ist da oben, ne? Da muss ich da oben stehen. Glaube ich zumindest. Da stehe ich nicht ganz. Wie komme ich denn da hoch? Jetzt erst, oder? Ah, ich liebe es. Au. Egal. Bin ich jetzt oben drüber? Ne, bin ich nicht. Ich habe das Secret schon gefunden, also glaube ich zumindest. Aber ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Ich habe auch nicht ewig irgendwie... Ach so, jetzt sehe ich es. Oh. Sag mir das doch früher. Tada. Ich wusste, es geht doch irgendwann hoch. Perfekt. Geile Rüstung. Okay, wie kommen wir jetzt wieder runter? Hier. Und wir gehen ins Ziel. Juhu. Da bin ich auch sehr zufrieden jetzt. Alles erreicht. Und das in nur einer Viertelstunde. Herrlich. Reicht perfekt für einen Part. Iihihihi. Geil. Geil-O-Matico. Gut, dann speicher ich hier. Und einfach mal hier oben. Dann sehen wir uns in Satans Dark Delight. Ach, wieder so herrlich. Mit nur 43 Gegnern. Das wird aber bestimmt trotzdem nicht leichter als das davor. Wäre ja auch neu. Gut, mein Name ist Sam. Ciao, ciao.